wir können aber auch noch mal eins gemacht weil ich gerade für uhrzeit also wer ist auch eine runde ok herkommen ein spiel machen wir noch eine folge machen ja ich bin ja auch raus aus der party ach so ich hätte ich jetzt eingeladen jetzt hier eine abwehr gewinnt im selben online spiel ich habe eben sogar siegt doch immer trotzdem aber es geht nicht ich sehe nicht sind wir ein justin weiß ich nicht wir sind eher in uns noch zu dritt gerade das fehlt noch jemand ja es wird noch einer ich weiß nicht wer es jetzt ist okay dann kommen wir rein zu kommen abwaschen zusammen wir werden das abwaschen nix kochen weil das nicht immer doof stehen braucht für mich nicht rein du kommst nicht rein in das spiel jetzt kommt nicht in die einladung selbst wenn ich da ja alles gut passt ja wir sind jetzt wieder zu werden Es fehlt aber immer noch einer, Thomas fehlt wieder. Ja, wir haben ein Wort drin. Das hat doch okay gegeben, ich bin doch drin. Nein, bist du nicht? Du bist nicht über uns, aber bei uns nicht. Sehe ich gerade zumindest. Ich stehe da mit vier Autos. Ja, aber nicht mit uns. Aber wir sind schon im Spiel. Wir sind jetzt im Spiel, ja. Wollen wir noch mal rausgehen oder was? Ja, nein, du musst ja, aber wir gehen wieder nach Hause und machen noch mal die Gruppe Nummer 9. Ja, man, das ist jetzt, wir sind offiziell, da stehen wirklich vier Fahrzeuge und das sind die von euch. Ja, aber wir waren gerade schon auf dem Spielfeld. So, wir waren schon in der Runde, die erste Minute. Du warst noch ein Menü, im Partymenü und wir waren aber schon im Spiel. Ja. Ach so. So, jetzt versuchen wir es nochmal neu zu starten. Weil alle da, ja, wird. Beitritt betreten läuft, ja. Jetzt dürfte man eigentlich alle sein, naja. Ja. Geht halt ein Wort mit drin. Ja, da komme ich nicht ran, oder? Doch. Da hat er gezögert, der Typ. Stellen hat er frisch. Müssen wir reingehen müssen, aber egal. Warte mal, ich gehe hinter. Okay, okay, vorbei. Scheiße. Mann, drunter durch. Vorsicht. Ja, der geht nämlich weg. Da habe ich mich selber ein bisschen verspekuliert. Bleib. Wer geht vor das Tor? Da ist aber keiner. Sehr geil. Sehr gut. Das ist ja geil. Ja, ja, ja. turtle har più schnell hablät. Dann kann ich lieber nachdem. vẫn bin collaborative und fürkeellt. Ich würde das gar nichtiley hören. Das wird doch viel Zeit herr. Da UE zeigen noch. den mann mir gerade baby versaut da hat er sich selber haben die sich gerade selber bis auseinander genommen weil der ball kam richtung mir richtung tor dann kam der hat er den rausgespielt sehr gut hier denn man nicht gerade haben die sich selber da hinten reingehauen es ist wieder keinem tor zum kotzen das war jetzt glück ja den haben wir der ist nämlich ich habe die parade noch bekommen du hast du hast ein abgewehrt aber der ist so doof an die latte geprallt der zurück an denen und dann die zornen ach mann alter verwalter dass mich schön irritiert markus jetzt soll ich den ball nicht abwärmen nein verstehe hinter dir alles gut nein aber es hat mich trotzdem irritiert ist kein form auf gewesen weil ich darauf genau gedacht haben okay den hast du vielleicht doch irgendwie und dann habe ich nichts gemacht damit naja schade das ist immer ich war da runter mich doch weg ja markus darauf hatte ich jetzt gehofft dass irgendjemand den noch verwerten kann ich habe es ja zurückgezogen weil ich eigentlich den erst nehmen wollte und nach dem mehr du stehst im moment besser kommen leute ja 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 achten hier nochmal ein bisschen reindrücken kann ich nur mehr auf versenden ich habe den schön der war drin außen vor das aber er hat gepasst wieder nur so ein rempeltor hier aus was er hat in gewahr in forsten und dann ist er nicht reingegangen so erklärt feierabend letzte spiel heute also das na ja doch das war das zweite ne ist was erste naja ein egal einmal noch kommt ist egal ein normal noch und dann noch mal feiern heute mit dem echo sound ja er hat aber durch die ganze aufnahme hören die ganze zeit ist fast so weit wir kriegen das noch hin wir kriegen das noch hin jetzt ein bisschen über die ecke dagegen gespielt der war gut der war schon aus dem wickel doch überall über alle drüben ja ich habe er nur leicht angezippt da war auch nichts zu machen sehr schön der gefühl das war so ist glaube ich der gegner keine ahnung ich meine ich hätte was ihm gelesen keine parade komm 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 abgewehrt ja die ist weg da war doch noch einer von den rennen ich verwechsel mich das gefühl ich gehe mit raus also ich gehe raus jetzt geht da jemand hin leider nur im dach naja er hat ja noch mal berührt der die langer gemacht hat sich wollte scheiße war nicht schlecht der war gut der war gut der ball aber der der gegner war noch dran da haben sie waren sie wieder dran gerade noch so an die latte gerettet ja ich probiere mal nach vorne zu legen und dann nehmen wir mal mit die haben mich gerade dass sie den hammer geklärt bekommen die bälle sorry ich wurde geschubbt oh mein ja spiele mit ballkamera astro ja ich hatte die ja drin und dann hat die jungen geschwenkt wieso die ist automatisch macht weiß ich nicht ich habe den rückraum marsch schade ich will nicht mehr rüber ich wollte noch dazwischen gehen aber ja der hatte gut gespielt doch okay wo der ist gut nein ich habe ich habe ich habe alles gut ich bin noch hinterher gekommen der ist bald ich weiß ich hab kein bus mehr auch klick gehabt dass ich noch mal gekommen bin Oh, ey. Ah, scheiße. Fuck you, das kann doch nicht sein, dass sie immer wieder noch irgendwas dazwischen kriegen. Ja, das war's. Scheiße. Naja. Die hatten irgendwie immer noch was dazwischen. Ja, egal. Komm, sei's drum. Raus. Ja, das war heute sehr gemischt, würde ich sagen. Jetzt geht's nämlich gleich los. So, Feierabend.